Ja, um jetzt auch auf deine Uranus-Theorie einzugehen. Der ist ja der Gott des Himmels. Und zu Himmel wird ja auch eher Luft passen, anstatt Wetter. Man sieht auch bestimmten griechischen Gott des Wetters. Ja, der halt richtig die geile Backstory hat, Alter. Ja, ich kenne auch die Backstory von Uranus nicht, aber das ist halt der Gott. Ne, ich auch nicht. Sollte man sich eventuell immer angucken, ey. Ja, ich glaube nicht, dass Poseidon eine Mehrungfrauenprinzessin war. Doch, doch. Ich glaube nicht, damit Stoys helfen, der Einwandpies, nicht. Doch, 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 doch. Ja. Poseidon, der männliche Gott, ist in der griechischen Mythologie eine Mehrungfrauenprinzessin. Die zwölf Meter groß ist. Ja. So, nicht anders. Ne, wie gesagt, Gottes Himmels, der wird für mich eher Luft versprechen. Ja. Soll ich noch was sagen? Ne, aber das Problem ist halt, wir wissen halt auch noch nicht so viel über die antiken Waffen, außer, dass halt die mit einem Schlag so voll viel Zerstörung anrichten können. Wir wissen jetzt mittlerweile von Shiro Hoshi, ist halt ein Lebewesen, was halt Seekönige rufen kann. Reicht an Zerstörung. Aber von der Pluton wissen wir auch noch nichts. Außer, dass es ein Schiff ist. Naja, außer, dass es ein Schiff ist. Ich meine, komm, hey. Wasser, ein Schiff und ein Himmel. One Piece. Das besteht aus One Piece. One Piece besteht aus diesem Ding quasi. Wasser, ein Schiff und ein Himmel, weißt du? Mhm. Ja, sagen wir mal, die antiken Waffen wurden vom antiken Königreich gemacht. Sagt ja quasi schon der Name. Mhm. Da müssten ja auch Teufelsfrüchte gemacht haben können. Ja, wir wissen ja nicht, woher die kommen. Ja, warum ist dann gerade die so die antike Waffe? Weißt du, die Finzerfrucht ist doch viel, viel mächtiger. Als Uranus. Wenn die Windfrucht Uranus ist, ja. Es ist doch nie mal eine Windfrucht. Es ist irgendwas. Ja, aber du hast doch gesagt, dass es möglicherweise dweggens Teufelskraft ist. Ja, vielleicht. Ja, und das ist halt für mich die Windfrucht. Ja, für mich ist das noch nicht bestätigt. Für mich ist das noch gar nichts. Ja, aber für mich wäre es dann halt Windfrucht als dann ultimative Waffe. Dann würde ich sagen, es gibt Teufelskräfte, die sind geiler. Du hast dir den Shit noch nicht gedroppt gesehen. Richtig. In Fight. Ja. Aber trotzdem. Aber schon allein, dass Blackbeard mit seiner Fähigkeit andere Teufelskräfte neutralisieren kann, macht sie de facto geiler als alles andere. Weißt du, selbst wenn du mit deiner Teufelskraft mit einem Schnipser die komplette Welt verhindern könntest, hilft dir nicht, wenn du sie nicht benutzen kannst. Ja, gut. Was soll mir das jetzt sagen? Und wer laut Zeitungsartikel erstmal bekommt? Blackbeard oder Dragon? Dragon. Aha. Ich glaube trotzdem, dass Dragon stärker ist als Blackbeard. Natürlich. Aber der Zeitungsartikel sagt... Der ist scheiße. Ja, genau das. Statt da so wortwörtlich drin. Mhm. Weil die gut zerstört, Dragon ist scheiße. Verdammt scheiße, ja. Ich hab keine Ahnung. Fabian, ich hab... Ich hab... Dir eben davor noch gesagt, Junge, ich hab keine Ahnung von nix, Junge. Ja, nun fühl ich... Ich mutmaße nur. Ja, wie bei Theorien halt üblich. Ja. Ich hab... Ich mutmaße komplett ins Leere, sagen wir es mal so. Also, ne? Ohne... Ohne irgendwas. Ja, wir wissen, Uranus ist der Gott des Himmels. Und für mich ist Luft im Himmel. Die Luft ist im Himmel. Denn ist die Luft, die gerade um dich herum ist, auch im Himmel. Denn bist du also auch im Himmel. Vielleicht sind damit ja auch Sterne gemeint. Boah, ist ja voll geil. Was hilft das? Ich weiß nicht. Alter, Junge, wenn du so... Wenn du so ne Sternfrucht hast und... Was weiß ich, aufgehen kannst wie so ein Stern, der explodiert. Der seine Jahrzehnte dahinter sich hat, Alter. Und da halt voll die Nova freisetzt. Ja, ich glaub, denn weißt du, was du davon hast. Einfach so den Gladius machen in die Luft fliegen. Ja, nur ein bisschen geiler. Ich meine, Alter, wenn du als Stern so verbrennst und... ...die so Fähigkeit fucking nutzen kannst. Das wär auch geil. Komm, das wär echt geil. Ja. Oder bist du wie bei Super Mario damals. Unbesiegbar. Dipp 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 dipp. Dipp dipp dipp. Also ich denke erstmal nicht, dass die Teufelsfrucht Uranus ist, weil... Mal ganz ehrlich, dafür wissen wir über... ...die anderen Waffen zu wenig. Jo, ich bin auch deiner Meinung nach. Ich hab das nur irgendwo mal aufgeschnappt. Irgendwann mal gelesen. Und irgendwie in der Teufelsfrucht, das ist doch viel zu unsicher. Und dann sehe ich halt auch nicht das Potenzial. Also wie gesagt, für mich ist ja die Finsterfrucht immer noch die ultimative Teufelskraft. Also, Teufelsfrucht. Wäre halt das Einzige, was wirklich für mich als antike Waffe würdig wäre. Ne, nicht mal das irgendwie. Wenn ich jetzt überlege, yo, die Finsterfrucht als antike Waffe ist irgendwie nicht special genug. Ja, jetzt von allen Teufelskräften. Ja, die, diejenige, wo ich sagen könnte, yo. Das kommt am nächsten ran. Aber wenn jetzt irgendwie, es heißt würde, keine Ahnung, jetzt die Transfrucht ist eine antike Waffe, würde ich mir denken, nope. I'm out of here. You went for Richard. Never go for Richard. Ja, genau. Also, es gibt halt Teufelsfrüchte, wo ich mir denken würde, yo, verarsch mich nicht. Aber bei Finsterfrucht würde ich mir sagen, gut, kann ich mit leben. Ist halt stark genug, um so geil zu sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ja, mein Fazit wäre, nicht Uranus, aber eine Logia-Frucht vom Typ Wind. Wenn, denn glaube ich auch, dass es eine Logia-Frucht ist. Ja. Und wenn nicht, wäre das ziemlich geil. Und viel, ziemlich viel Lack, Alter. Also ja, wie gesagt, ich habe, schwanke eigentlich immer zwischen Wind-Logia und Wetter-Faramierze, aber ich denke im Endeffekt, Wind-Logia. Was ist denn mit Sturm, Junge? Ja, Wind ist doch Sturm. Nein, ein Sturm geht halt voll ab. Und Wind, damit kannst du ja auch eine Brise machen. So. Ja, vielleicht kann sich Dwayne ja auch im Sommer einfach nur Luft zufächern. Ohne sich zu fächern. Der muss sich ja nicht komplett das Gesicht wegpusten, wenn er mal irgendwie Luft braucht. Hahahaha. Weißt du, kriegt er so einen Zug durchs Maul, dass das Tattoo abfärbt, Alter. Hahahaha. Also ich denke halt, Wind, du kannst ja Wind, ne, beliebig wieder verstärken. Ja. Weißt du, wenn du so eine Ultraturbine, ne, abkriegst? Dann muss er ja auch rein theoretisch so fliegen können, ne, wie so ein Vogel. Naja, er ist ja irgendwie von der Küste aufs Schiff gekommen, was auf dem Meer war, von daher. Ja. Der hat sich irgendwie... Oder der hat halt, wie Bruno sich durch eine Dimension teleportiert, aber wie gesagt, äh, halte ich Wind für wahrscheinlich, ja. Welcher Bruno? Aus der Bahn. Ach der! Ja, jetzt weiß ich sie auch. Also, um das nochmal zu wiederholen, Wind, Lugia, nicht Uranus. Ja. Quasi. Also wenn, dann wäre ich auch so der Meinung. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein. Ich hab wie gesagt überlegt, aber irgendwie kam da irgendwie nichts Gescheites bei rum. Ja, wie gesagt, ist halt mal ne kurze Theorie für nebenbei. Vielleicht kann man die ja später nochmal so aufgreifen. Wenn Dragon nur endlich gesagt hat, was er für ne Vortrag ist. Ja, wenn er quasi schon wieder tot ist. Glaubst du, Dragon stirbt noch im Verlauf? Junge, falsche Theorie. Okay, aber im Ernst, Junge. Ja, vielleicht reden wir über, darüber was, ein anderes Mal. Über, äh, äh, äh. Okay. Ja. Ja, gut. Wie immer könnt ihr natürlich auch eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Wind, Lugia, Wetterparamezia, Uranus oder nicht? Oder was komplett anderes, wo wir uns denken, yo, das wär's gewesen. Das hätt's sein müssen. Und dann kommt einfach Oder und sagt, haha, nein. Ja, und dann danke ich euch natürlich wie immer herzlich fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid auch bei einem anderen Video mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.